Der Murmelwahnsinn geht weiter. Auf die Murmel, fertig, noch mal dabei sein, los! Drei Prominente in bester Murmellaune. Ja! Ja! Wuhu! Liefern sich einen erbitterten Kampf. Wo bin ich denn? Murmeln unter erschwerten Bedingungen. Yes! Die Murmelmächte werden angerufen. Wenn es einen Murmelgott gibt. Bitte, ja! Bitte! Bitte! Warum? Weil es um den Einzug in die Murmelmania-Finalshow geht. Ich reiß das Ding raus! Ich reiß das Ding raus! W